Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist eine Lidl Neuheit dran und zwar die Matrix. Sie hat 54 Schuss, ist eine kleine Fächerbatterie. Ich packe mal die eine weg. Und zwar hat sie außenrum gerade Abschüsse. Das sind Leuchtkugeln bzw. schöne Knisterkometen. Also man darf es wirklich nicht mit Leuchtkugeln verwechseln. Schöne Knisterkometen. Sie hat einen Pfeifaufstieg und danach noch 25 Schuss gefächert. 1, 2, 3, 4, nein 20 Schuss. Aber dennoch ist es eine kleine Wunderwaffe Fächerbatterie. Sie hat sogar 150 Gramm NEM und kostet glaube ich 6,99 oder 7,99. Eins von beiden. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Bei den Preisen bin ich mir zur Zeit nicht mehr sicher. Ja, gekauft wurde sie 2022, wie gesagt, in Lidl. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns die kleine Fächerbatterie draußen jetzt mal an. Also Freunde, bis gleich draußen. Ja, Matrix. Ja, Matrix. Pause. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020